Was ist denn das? Die neuen Sticker. Die neuen Sticker sind auf unserer neuen Seite. Und da gibt es noch mehr Klamotten. Ab heute können wir auch sagen, schick den Shop. Und das hält. Wir kommen zu einer neuen Ausgabe von Testoleros. Heute mal wieder in der Rubrik Top Flop der Null. Dann fangen wir an mit dem Helden des Monats April. Wir hinken ja schon hinter der Zeit hinterher. Oh ja. Das ist wohl wahr. Aber es sind immer noch aktuelle Themen. So schnell läuft ja die Politik nicht. Jetzt haben wir so ein kleines Thema von wegen 3G Einhaltung, Maskenpflicht etc. Gebrauch machen vom Hausrecht. Und das war am 10. Beziehungsweise der Artikel, auf dem ich mich berufe. Ist vom 10. April 2022. Gibt es bei reitschuster.de. Es ist ja nun mal leider so, dass bei den anderen großen Zeitungen so was dann mal untergeht. Oder so einen kleinen Artikel gibt oder gar nicht behandelt wird. Also von daher. Und dadurch, dass wir uns überall umgucken. Rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Was auch immer. Jetzt geht es um einen Berliner Abgeordneten. Ehemaligen Berliner Abgeordneten. Der ist auch Gewerkschaftsvorsitzender der Good Governance Gewerkschaft. Ja, jedenfalls der Marcel Luthe. Der wurde eingeladen nach Weißensee. Das C-Fashion 22 an der Kunsthochschule Weißensee Berlin. Also eine Einladung hieß es. Ich zitiere. Bringen Sie zum Event einen Impf- oder Testnachweis 3G mit und tragen vor Ort eine Maske. Nun hat der Herr Luthe erwidert ihre Aufforderung zum Event einen Impf- oder Testnachweis mitzubringen und vor Ort eine Maske zu tragen, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und stellt überdies einen Verstoß gegen das Landes-Antidiskriminierungsgesetz dar. Dadurch, dass ja die Maskenpflicht aufgehoben wurde. Ganz wichtig. Um das mal kurz zusammenzufassen. Es gab den Halbbriefverkehr hin und her. Auch so wie es hier steht mit einem Anwalt. Im Endeffekt durfte er dann ohne Nachweis und ohne Maske rein. Aber es zeigt mal wieder, wie unsicher doch alle sind, obwohl es aufgehoben wird. Also viele wissen auch gar nicht, ja ist es jetzt so, ist es in meinem Land so, in meinem Bereich so. Ich gehe lieber auf normal sicher und mache vom Haus Recht Gebrauch. Wobei sie denn natürlich wieder Probleme kriegen, weil es ja dann wieder rechtswidrig ist. Also das ist ein ziemlich heiliges Thema immer noch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Wut ab vor dem Herr Luthe. Dass er das so konsequent durchzieht, dann nichts ist wichtiger als wirklich von seinem Recht Gebrauch zu machen. Nicht um die Leute zu gängeln oder zu ärgern, sondern einfach zu zeigen, okay pass auf. Das ist jetzt so, ich klage mein Recht ein, ich habe Recht. Das war der Held des Monats April. Genau. Und im nächsten Video... Ach, noch eine kleine Sache. Da gab es noch einen anderen, einen halben Held sag ich jetzt mal. Im April war es ja auch so, dass es die Sache mit Mario Bart war, mit dem Komiker. Ich denke mal, jeder kennt ihn. Und zwar im Zug, da wurde ihm gesagt, er hat anscheinend keine Maske getragen. Und er fand das natürlich nicht gut, weil die Bahn hat auch ihr Ausrecht dazu benutzt, ihm dann des Zuges zu verweisen. Und er hat natürlich auch gesagt, das wird Konsequenz haben und er wird dagegen klagen. Mein Fazit genau das gleiche wie bei den Herrn Luthe. Gut so, richtig so. Also, im nächsten Video kommt der Endgegner des Monats April. Ansonsten bis dahin, damit ihr das Video nicht verpasst, den Kanal abonnieren und liken und so und kommentieren und so. Und hier, check den Shop und guck mal einen Sticker. Und so sieht's aus. Dann bis zum nächsten Video, haut rein. Bis demnächst. Bis zum nächsten Video, mit einem讣b fun nó und dann bis zum nächsten Mal noch vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal heraik.